Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Heute wollen wir Fragen zum Thema Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse in Deutschland beantworten. Wenn Sie wissen möchten, ob ein Abschluss hier in Deutschland anerkannt ist, hilft Ihnen ANABIN. Was ist ANABIN? ANABIN ist ein offizielles Informationsangebot zur Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse in Deutschland. ANABIN sammelt und dokumentiert die Informationen der Bildungssysteme von 180 Staaten in einer Datenbank. Die Benutzeroberfläche steht ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung. Wozu brauchen Sie ANABIN? ANABIN brauchen Sie, um die Vergleichbarkeit der Bildung eines ausländischen Abschlusses mit dem deutschen Bildungssystem einzuordnen. Sie können sich bei ANABIN darüber informieren, ob eine Institution im Ausland auch als Hochschule in Deutschland anerkannt wird oder ob ein Abschluss in Deutschland anerkannt ist oder welche Beratungs- und Anerkennungsstelle in Deutschland zuständig ist. Hochschulabschlüsse. Informationen zum Hochschulabschluss können über die Auswahl des Landes sowie mit der zusätzlichen Angabe des Abschlusstyps und der Studienrichtung gefunden werden. Mithilfe der Informationen im Bereich Hochschulabschlüsse kann die Vergleichbarkeit einer ausländischen Hochschulqualifikation festgestellt werden. Es gibt hier zwei Suchmöglichkeiten. Entweder die Suche nach Abschlüssen oder die Suche nach Abschlusstypen. Auf Suchen nach Abschlüssen, wir nehmen in diesem Beispiel das Land Kenia. Land auswählen und auf Länderauswahl bestätigen drücken. Dann suchen Sie nach Abschlusstypen, zum Beispiel nach Bachelor, Master, Diplom etc. In diesem Beispiel suchen wir nach einem Bachelorabschluss. Bei der Studienrichtung wird nach dem gewünschten Studiengang gesucht, zum Beispiel nach International Business Administration. Nach der Angabe des Studiengangs wird eine Tabelle generiert. Beim Drücken auf Plus erhalten Sie weitere Informationen zum Abschluss. Die Dokumentation bietet eine Beschreibung des Abschlusses sowie Informationen zur Bewertung des Abschlusses. Zu den formalen Angaben gehören die genaue Abschlussbezeichnung, die Übersetzung ins Deutsche oder Englische, sowie die Abkürzung und die Studiendauer des Studiengangs. Unter Beschreibung findet man allgemeine Informationen über den ausgewählten Studiengang, zum Beispiel über den Abschluss, Abkürzung, Abschlusstyp oder die Abschlussklasse. Bei den Abschlussklassen kann man die Klassentypen und deren Definition finden. Äquivalenzklassen. Die Äquivalenzfeststellung erfolgt durch Zuordnung ausländischer Abschlüsse zu deutschen Abschlusstypen. Dabei werden drei Äquivalenzklassen unterschieden. Es gibt die Äquivalenzklasse bedingt vergleichbar, die Klasse entspricht und die Klasse gleichwertig. In der Tabelle werden die drei Äquivalenzklassen definiert. Auf entsprechender deutscher Abschlusstyp kann man den Abschlusstyp finden. Für mehr Informationen können Sie im Kommentar nachschauen. In diesem Beispiel gibt es keine weiteren Informationen im Kommentar. Kommen wir nun zu den Institutionen. Mit Hilfe der Informationen im Bereich Institutionen kann festgestellt werden, ob es sich bei einer Einrichtung, an der ein Abschluss erworben wurde, um eine Hochschuleinrichtung handelt oder auch nicht. Die Einrichtungen sind in Gruppen, den sogenannten Institutionstypen zusammengefasst und mit einem bestimmten Status versehen. Nachdem eine Institution ausgewählt wurde, erscheinen die Kontaktdaten und der Status der Institution. Am Status kann abgelesen werden, ob eine Institution als Hochschule betrachtet werden kann oder auch nicht. Der Status einer Institution kann H+, H-, und H- sein. H- bedeutet, dass die betreffende Institution in ihrem Land als Hochschule anerkannt ist und auch in Deutschland als Hochschulinstitution betrachtet wird. H- bedeutet, dass die Anerkennung, Akkreditierung im Herkunftsstaat fehlt und oder keine Einstufung als Hochschule in Deutschland erfolgen kann. H+, kennzeichnet Institutionen, für die keine eindeutige Aussage getroffen werden kann. An der HTW Berlin treffen die Auswahlkommissionen die Entscheidung anhand dieser Kriterien für einen Zugang zu einem Masterstudium. Schulabschluss Der Bereich Schulabschlüsse mit Hochschulzugang bietet Informationen zur Bewertung ausländischer Schulabschlüsse im Hinblick auf den Hochschulzugang in Deutschland. Mit Hilfe der enthaltenen Informationen kann festgestellt werden, unter welchen Bedingungen mit einem ausländischen Schulabschluss ein grundständiges Studium in Deutschland aufgenommen werden kann. Bewertet werden alle ausländischen Schulzeugnisse, die im Heimatland den Hochschulzugang ermöglichen. Hier wird angezeigt, ob die Hochschulzugangsberechtigung einen direkten oder einen indirekten Zugang zu einer deutschen Hochschule ermöglicht. Anerkennungs- und Beratungsstellen in Deutschland Im Bereich Anerkennungs- und Beratungsstellen in Deutschland können die für die akademische und berufliche Anerkennung zuständigen deutschen Anerkennungsbehörden ermittelt werden. Suchen, nach Stellen für Berufe. Hier werden die Berufe und die Anerkennungsstelle der Bundesländer alphabetisch sortiert. Suchen nach anderen Stellen. Hier kann man bestimmte Anerkennungsstellen nach verschiedenen Zwecken, zum Beispiel nach Studien, Ausbildung oder Berufserfahrung finden. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Sie können uns eine E-Mail schreiben an studierendenservice at htw-berlin.de oder gerne innerhalb der Sprechstunden bei uns persönlich vorbeikommen.